Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge meiner im Bann von Buchreihen-Reihe-Serie, wie auch immer. Heute möchte ich euch die New York Diaries-Reihe vorstellen von Allie Taylor und Carrie Price. Ich habe hier auch mal alle vier Teile hingestellt, damit ihr die wunderschönen Cover ja auch bewundern könnt. Ja, hinter Allie Taylor steckt Anne Freitag und hinter Carrie Price Adriana Popescu. Und das ist auch schon die Frage, wie ich denn auf diese Reihe aufmerksam wurde. Denn ich habe ja im letzten Jahr meine Liebe zu Adriana Popescos Büchern im Grunde entdeckt mit ihren wunderbaren Büchern und habe mich natürlich hier sehr, sehr gefreut, dass eine freche, moderne, spritzige Frauengeschichtsreihe in Zusammenarbeit mit Anne Freitag kurz bevor stand. Und ja, alle vier Teile dieser Reihe sind nun erhältlich und auch schon erschienen. Und ich möchte heute ein bisschen was zu diesen großen Ganzen erzählen und auch zu den einzelnen Charakteren dieser Geschichte. Ja, auch wenn die Cover in schwarz mit bunter Schrift gehalten worden sind und man hier wirklich immer wunderschön das New York sozusagen sehen kann, diese Skyline. Und sie sind von der Aufmachung alle gleich. Also man hat immer die bunte Schrift, man hat immer den Namen der jeweiligen Protagonistin. Und da es sich ja um eine Klappbroschur handelt oder um ein Taschenbuch mit einer Broschur, hat man hier eben nochmal die Skyline eingefasst mit der Musikplaylist. Hier hinten findet man dann immer das Autorenfoto und alle vier Bände, wie sie erscheinen, beziehungsweise jetzt sind sie ja alle erschienen, kann man hier im Grunde wunderbar sehen. Von der Aufmachung finde ich sie sehr, sehr gelungen. Es ist, und das muss man einfach dazu sagen, kein New Adult. Auch wenn es durch das schwarze Cover ein bisschen so aussieht, hat man hier keine erotischen Jugend-Mensch-Geschichten, jugendlichen Geschichten, die ich persönlich ja nicht mag. Man sollte sich hier von dem Cover wirklich nicht abschrecken lassen, auch wenn es, glaube ich, so in einer ähnlichen Riege wie mit den Büchern liegt, die mir eben nicht gefallen. Ja, das sollte man hier nicht erwarten. Man hat hier wirklich wunderbare, ich sage jetzt mal Frauenliteratur und auf sehr hohem Niveau mit ganz viel Spaß und Frechnis sozusagen. Und ja, vom Cover sollte man sich nicht abschrecken lassen, denn ich finde es wirklich super, super schön, auch dass eben im Regal natürlich jetzt immer eine andere Farbe sozusagen zu sehen ist am Buchrücken. Und ja, also wirklich sehr, sehr gelungen. Das hat der Knauer Verlag sehr, sehr gut gemacht. Und so sieht man eben auch schon alle vier Farben. Es beginnt ja mit Claire im Gelb-Gold-Ton, geht weiter über Sarah, die ich, glaube ich, hier drapiert habe, in Pink. Phoebe war dann blau, das war das, was ich euch gezeigt habe. Und Zoe ist dann im wunderschönen Rot gehalten. Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. Und ja, so sieht man mit einem Blick, ja, die jeweilige Geschichte. Jeder Band ist erhältlich als Taschenbuch oder als E-Book für je 10 Euro. Und es gibt, was ich sehr besonders finde, zu jedem einzelnen Band eine Playlist auf Spotify, die ich wirklich alle bisher wundervoll finde. Sie haben immer so ein bisschen das Feeling aus dem Buch. Man entdeckt anhand der Kapitel innerhalb des Buches auch den Song, der wahrscheinlich dann einfach die beiden Autorinnen auch bekleidet hat. Und ja, alle vier Bücher sind im Knauer Verlag erschienen. Und ja, in einem Zeitraum von Oktober letzten Jahres, da ist Claire erschienen. Im Januar diesen Jahres kam dann Sarah. Im April diesen Jahres kam Phoebe. Und jetzt ganz aktuell im Juli diesen Jahres kam Zoe. Also man sieht, dass man eben eine Reihe nicht immer über Jahre hinweg strecken muss, sondern eben auch eine Serie, was es ja in diesem Fall ist, keine klassische Reihe, weil eine Serie eben auch im dreimonatigen Abstand wunderbar für seine Lese zur Verfügung stellen kann. Und ja, der Lese einfach in kurzer Zeit einen wunderbaren Update der Geschichte hat und es sich da einfallen lassen kann. Die Geschichten sind alle unabhängig voneinander zu lesen. Es ist hier eben keine klassische Reihe, keine klassische, wie eine klassische Trilogie, wo man eben eine Geschichte hat, die sich in drei Bände absplittet oder aufsplittet, sondern man hat hier eben eine Serie, denn die Geschichte spielt New York City und wir haben hier das Knights Building. Das ist ein Hochhaus, das schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber mitten im Herzen von New York sozusagen ist. Und wir begleiten eben hier diese vier Frauen, ja, in ihrem Leben in New York in diesem Knights Building. Denn das verbindet unsere vier Protagonisten. Sie wohnen alle im Knights Building, früher oder später, angenehmer oder überraschender und haben natürlich schon ein bisschen was miteinander zu tun. Der ein oder andere Charakter kommt eben auch in einer anderen Geschichte mal vor, aber man kann die Geschichten in jeder x-beliebigen Reihenfolge lesen. Man kann mit dem Neuesten anfangen, man kann von vorn anfangen, man kann erst die Bücher von Adriane lesen oder erst die von Anne. Je nachdem, wie man das möchte, auf was man gerade Lust hat, das ist für die Geschichte komplett unerheblich, denn jede Geschichte ist in sich abgeschlossen. Man kann auch nur eine der Geschichten lesen, was auch wahrscheinlich schwerfallen könnte, weil es einfach sehr schön ist, in dieses Knights Building abzutauchen, in diese New Yorker Welt. Und man erlebt eben pro Geschichte den Charakter, dem etwas in irgendeiner Art und Weise passiert. Und wir dürfen hier eben in New York City dabei sein. Und eben ab und an erfahren wir in der Geschichte doch nochmal etwas über einen anderen Charakter, den wir schon lieb gewonnen haben. Oder haben einen Forecast auf den Blick auf einen Charakter, wo wir natürlich wissen, dass es zum Beispiel im nächsten Buch genau darum gehen wird. Und das hat immer besonders viel Spaß gemacht, wenn eben so die Geschichten so ineinander verfließen. Und ja, die erste Geschichte geht eben um Claire. Und das Buch ist eben im Oktober letzten Jahres erschienen, ist geschrieben von Ellie Taylor, alias Anne Freitag, und hat den Auftakt dieser Reihe gemacht. Und wir haben hier die Food-Kritikerin Claire. Und ja, die irgendwie im Kleiderschrank ihrer Freundin landet eben im Knights Building und dort eben mehr oder weniger wohnt. Und ja, sie ist ihrer Freundin June natürlich dankbar, dass sie erstmal hier so unterkommt und hat allerlei Träume und Hoffnungen in New York und möchte da eben Fuß fassen und vielleicht auch die Liebe finden. Und es war eine sehr, sehr romantische und wunderbare Geschichte, die mich sehr begeistert hat. Auch Sarah von Carey Price, alias Adriana Popescu, hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Denn Sarah lebt schon länger im Knights Building und möchte Musikjournalistin werden. In diesem Band ist Musik ein sehr, sehr großes Thema. Und sie lernt in einem Club Will kennen, dem auch Musik eine sehr große Rolle spielt. Und man eben merkt, ja, man sollte manchmal vorsichtig sein, was man träumt. Denn es könnte in Erfüllung gehen und dann nicht so sein, wie man es sich vorgestellt hat. Hier ist also Musik ein sehr großes Thema, was ich als Musikfreak eben wirklich auch besonders gelungen fand. Weiter ging es dann im April dieses Jahres von Phoebe, wieder ein Buch von Anne Freitag. Und ja, Phoebe ist eigentlich in ihrem Leben sehr glücklich und zufrieden. Sie wohnt ebenfalls im Knights Building, vertauscht aber auf einem Flug auf einmal, ja, die Koffer mit einem Mann, mit einem Schriftsteller, denn sie findet sein Manuskript. Ja, im Koffer und ja, sie selbst hat aber leider ihren Koffer mit ihrem Tagebuch verloren. Und so haben beide nun etwas zum Lesen und zum Entdecken des Anderen. Und es war eine sehr witzige, charmante Geschichte, ja, die eben so ein bisschen mal die Perspektive auch ein bisschen gewechselt hat und man eben so, ja, sehen konnte, was auch der jeweils andere sozusagen über den Anderen denkt. Und auch eine sehr, sehr gelungene Geschichte mit, ja, einem besonders schönen Ende, wie ich fand. Und Zoe ist jetzt eben aktuell, nein, Zoe steht, glaube ich, doch steht hier Zoe, ich zeige hier, das ist natürlich Zoe hier unten. Zoe ist jetzt im Juli erschienen und ebenfalls von Adriana Popescu. Und Zoe landet zusammen mit ihrer pinken Couch in New York. Sie kommt aus Los Angeles und möchte Schauspielerin werden. Und hier erleben wir eben so ein bisschen das Chaos, was eben auch New York sein kann. Wir haben hier eine etwas naivere Protagonistin, die sich aber dann wirklich in einen tollen Charakter entwickelt. Und ja, hier erleben wir eben so ein bisschen dieses schauspielerische Dasein in New York, was auch so an Intrigen hinter der Kamera passieren können und wie man eben versucht, berühmt zu werden oder wie es eben auch Agenten versuchen, dass man selbst eben im Rampenlicht steht. Alles sehr unterschiedliche Geschichten, die aber das New York Gefühl natürlich verbindet und auch die Stärke und ja, diesen wunderbaren Humor haben. Es sind sehr romantische Geschichten. Es sind wirklich wunderbar Liebesgeschichten. Es sind eben aber auch einfach Lebensgeschichten dieser Protagonisten, die wir begleiten. Und dass eben irgendwas in ihrem Leben sich verändert, etwas tut, egal ob aktiv oder passiv. Und man einfach erlebt, wie diese Frauen damit umgehen. Und das eben immer auf sehr besondere und schöne Art und Weise. Und beide Autorinnen haben nämlich wirklich einen sehr, sehr gelungenen Schreibstil, der New York wunderbar rüberbringt, der Charaktere erschafft, die einmalig sind und immer einen Bezug auch zum Leben haben. Man aber das Gefühl hat, man wäre mit in diesem Knights-Building, würde irgendwie bei einem leckeren Käffchen oder bei einem Cocktail in einer Bar in New York City sitzen und sich die Geschichte anhören. Man hat immer so dieses echte Gefühl, was ich einfach besonders schön fand. Und mir haben alle vier Geschichten unglaublich gut gefallen. Sie waren wirklich immer kleine Highlights. Und diese ganze Reihe hat mich einfach begeistert. Nicht nur, dass sie so schnell hintereinander erschienen sind, diese Geschichten, sondern dass sie eben einmalig schön waren, zusammengepasst haben und einfach eine wunderbare Serie ergeben, die von mir aus auch noch mehrere Bände haben können, die ich wirklich toll finde und die mir wirklich Spaß gebracht haben. Alle vier Geschichten für sich sind wirklich ganz, ganz wunderbare Geschichten, sehr tiefsinnig, tiefgründig, mit Witz, mit Charme, aber natürlich auch der Portion Liebe, die es eben braucht im Leben. Und dazu eben, wenn man das so als großes Ganze sieht, ist das wirklich eine ganz gelungene, große Geschichte über dieses Knights-Building, was man direkt bereisen möchte und wo man gerne mit einziehen möchte und Teil dieser Knights-Familie werden möchte. Und das haben wirklich Adriana Popescu und Anne Freitag sehr, sehr gelungen hingebracht. Und ich bin wirklich großer Fan dieser Reihe und auch der beiden Autorinnen und freue mich, dass die Reihe, die Serie, nun vollständig in meinem Regal steht. Es ist eine Serie, die ich, glaube ich, nicht nur bei diesem Einmal lesen lassen werde, sondern die wird bei mir auf jeden Fall öfter mal gelesen. Gerade so an einem sonnigen Sonntag im Garten und man greift dazu und hat eben direkt gute Laune und kann die Sonne noch doppelt schöner genießen. Und ja, nun steht sie eben schön in meinem Regal. Und ja, vielleicht kennt ihr die Reihe schon, vielleicht kennt ihr das ein oder andere Buch der Reihe schon. Dann schreibt mir das natürlich gerne mal in die Kommentare oder ob ihr vielleicht auch Reihen kennt, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo ihr sagt, hey, wenn dir das hier gefallen hat von Adriana und Anne, dann guckt dir mal diese Reihe an, die ist ähnlich schön oder anders schön oder wie auch immer. Sagt mir da gerne mal in den Kommentaren Bescheid, auch ob ihr Adriana und Anne vielleicht von anderen Büchern kennt. Immer in den Kommentaren. Ich würde mich sehr über den regen Austausch freuen und hoffe, euch hat nun dieser kleine Einblick in diese Buchreihe gefallen und euch hat das Video gefallen. Würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen und danke euch nun fürs Zusehen und ich danke Anne Freitag und natürlich Adriana Popescu für diese tollen Geschichten und dem Knauer Verlag, dass er mir diese zur Verfügung gestellt hat und wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.